Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab auf dem Markt, Leute? Gucken wir uns das mal an. Wir haben eigentlich einen unveränderten Tag. Wir haben jetzt, oh, uff, sieh an. Wir gehen jetzt langsam auf die 10.700 Token zu, die es auf dem Markt gibt. Sehr, sehr interessant, wirklich. Geht ab wie ein Zäpfchen hier, ne? Was haben wir noch? Wir haben hier Zentralbanken, die auf den CBDC-Train aufsteigen. Wir haben super interessante Nachrichten. VeChains App wird in China bald komplett genutzt. Wir haben im Bereich IOTA etwas Interessantes im deutschen Fernsehen. Sehr, sehr interessant. Das war eine krasse Nachricht. Darüber werden wir noch sprechen. Fiserv mit NYDIG bietet jetzt Bitcoin an, von eurem Konto-Account zu kaufen. Zurzeit natürlich in den USA erst, aber das wird sich ausspreiten. Wir haben in Brasilien den ersten Bitcoin-NFT, der gelauncht wird. Und heute ist ja der Tag, wo die Bitcoin-Futures endlich ablaufen. Und darauf gehen wir dann auch rein. Okay, was ist auf dem Markt passiert? Nichts Besonderes. Wir flaggen eigentlich jetzt seitlich. Die Coins sind ein bisschen gestiegen gestern. Ethereum auch, Cardano auch. XRP ist auch von der 50er-Zone raus. Hat sich auch gehalten. Super interessante Bewegungen, die wir hier haben. Wie gesagt, ich glaube, dass das Katapult ist, der sich einfach gerade lädt. Das war noch nicht das Ende. Ich bin immer noch dabei. Okay, was war hier los? Zentralbank, Central Bank Digital Currencies get fuel BIS Backing. BIS, Bank of International Settlement, ist die Zentralbank der Zentralbanken. Und die haben sich jetzt dazu geäußert, dass sie CBDCs fördern. Und sie haben hier am Mittwoch einige Recommendations. Wieso fällt mir jetzt gerade nicht ein, was Recommendations sind? Vorschläge, genau. Die haben einige Vorschläge gegeben gehabt für den digitalen Dollar, Euro, Yen oder Yuan. Und der, ich frage mich, warum die Franzosen die Namen immer so schreiben. Wenn er Franzose jetzt ist, wird wahrscheinlich so ausgesprochen. Wahrscheinlich heißt das Boni, Boni, Curie oder sowas. Aber warum schreibt ihr das dann nicht einfach so? Jetzt verstehe ich Albandi an der Stelle erstmal. Genau, da habe ich was vorbereitet. Jetzt verstehe ich erst Albandi, Leute. Hört euch das an. Das war sein zweiter Gebot. Ich habe nie verstanden, warum man die Franzosen nicht macht. Jetzt kann ich es aber verstehen. Aufgrund dieser komischen Schreibweise. Die schreiben mit ihren Akzenten und was weiß ich. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Aber nur Spaß, Leute. Ich habe nichts gegen Franzosen. Nicht, dass jetzt irgendwie Shitstorm wiederkommt. Was hier in dem Text stand. Es ist wieder so degeneriert. Es wird hier gesagt, The push comes as physical cash used false globally and authorities look to... Also global wird der Nutzen von Cash, also von Bares geht runter und authorities, also Behörden wahrscheinlich. Und jetzt kommt es. Hört euch das an. To fend off the threat of their money printing powers from Bitcoin. Um die Gefahr der Gelddruckerei durch dem Bitcoin entgegenzuwirken. Was für eine Gelddruckerei. Bitcoin ist auf 21 Millionen beschränkt. Wo kann man denn mehr Bitcoin produzieren? Ich meine, oder vielleicht verstehe ich das falsch, aber das kann man eigentlich gar nicht anders verstehen, so wie die das hier geschrieben haben. Und natürlich auch, dass sie die Gefahr sehen durch Libra, was jetzt Diem heißt. Und da müssen sie halt gegenwirken. Aber was ist das? Also entweder sind die komplett uninformiert oder die schreiben einfach nur wieder Müll, um Bitcoin schlecht zu machen. Ich weiß es nicht, aber die werden alles in ihrer Macht stehende tun, um genau das zu erreichen. Hier nochmal der Boni, wie er auch immer heißt, Boni, Boni, Bon, Bon, Crue. Ja, genau der. Ihr wisst schon. Der hat hier auch Folgendes gesagt zu Bitcoin. Bitcoin ist mehr ein spekulatives Asset, als Geld. Also Bitcoin ist ein spekulatives Asset, sagt er hier. Und es hat den Test nicht bestanden, ein Zahlungsmittel zu sein. Also die werden alles in ihrer Macht stehende tun, um Bitcoin herunterzureden, um Bitcoin fertig zu machen. Und diesbezüglich dann auch Kryptowährungen. Da hat sich ja auch schon ein EZB-Vorstand, habe ich ja letztens erwähnt gehabt, schlecht über Bitcoin, Kryptowährungen generell, über Stablecoins hergemacht. Aber in offiziellen Papieren kann man dann nachlesen, bei Präsentationen, dass sie anfangen, verschiedene Kryptowährungen zu betrachten, in Bezug auf den digitalen Euro. Hier die Öko Inge, die ist ein bisschen die Künstlerin und die hat NFTs jetzt für sich entdeckt, wie sie ihre Kunst weiterführen kann und das Ganze auch noch in der Blockchain und gesichert. Das wurde hier auf RTL genannt. Danke für Suleiman, mein Bro, der hat mir das wieder geschickt gehabt. Gucken wir uns das mal eben an. Hier wird kurz NFTs erklärt. NFT steht für Non-Fungible Token, was so viel heißt wie nicht ersetzbarer Schlüssel. Wenn Josefa eines ihrer Kunstwerke über das Tablet ins Internet lädt, dann kann sie diese Datei über verschiedene Plattformen an einen Interessenten verkaufen. Mit Hilfe der sogenannten Blockchain-Technologie erhält der dann den Schlüssel zum Kunstwerk. Er wird damit rechtmäßiger Inhaber der Datei und besitzt nach dem Kauf die Rechte am Bild. Der NFT dient ihm quasi als Zertifikat. Ja, ziemlich nice. Und die Öko-Inge, die macht das halt gerne darüber. Und jetzt kommt's, passt auf, jetzt ist der Bereich, worüber die Ökos auch immer wieder sprechen, Energieverbrauch. Ich hab's euch gesagt, das wird groß geschrieben werden und man kann denen so viel erklären, wie man will, dass das wichtig ist, um die Sicherheit von Bitcoin zu gewährleisten. Und das interessiert die nicht. Die sehen nur im Verbrauch viel Strom im Vergleich zu anderen. Jetzt gucken. ...haus Christie's versteigert worden. Der digitale Kunstmarkt erlebt einen Investment-Hein. Das wird von Umweltschützern scharf kritisiert, weil der Energieverbrauch bei der Blockchain-Technologie zu hoch sein soll. Deswegen warte ich auch auf IOTA. Die haben eine Technologie entwickelt, die sehr auf Nachhaltigkeit achtet und wo auch die Dimension skalierbar ist. Das heißt, der Marktplatz kann sehr groß werden, ohne dass die Energie mehr wird. Das ist das, was ich meinte, Leute. Jetzt auf RTL, die gute Dame ist auch hier in Bremen, glaube ich, ist auch aus Berlin nach Bremen gekommen und ist eine Künstlerin. Das wird sich in Zukunft nicht verbessern, Leute. Die werden Bitcoins, Energieverbrauch vergleichen mit anderen Kryptowährungen. Das ist denen egal, ob Bitcoin einzigartig ist, so programmiert worden ist, dass es über Jahrtausende hinweg finanzielle Sicherheit bieten kann im Bereich Ökosystem der Währung. Das interessiert die nicht. Die gucken sich das an und sagen, nein, das ist auch eine Blockchain-Technologie und die verbraucht mehr Strom. Und die werden das einfach mehr ausbauen. Die werden weiter damit machen. Die werden nicht aufhören damit. Was haben wir hier gehabt? WeTrust Adoption. Die chinesische Regierung hat das hier erstmal in einer Stadt angewandt mit 350.000 Bürgern und testet das jetzt erstmal aus. Es ist eine App im Bereich Risikomanagement für die Corona-Infektionen und die können hier halt komplett managen. Es werden Echtzeitdaten über WeTrust geliefert. Die Regierung kann da direkt rein und schauen, wie die Entwicklung ist, besseres Risikomanagement betreiben. Sie haben hier WeChain sogar unter einem der Top 10 Blockchain-Applikationen beziehungsweise WeTrust hier erwähnt im offiziellen chinesischen Fernsehen. Es geht weiter nach vorne, Leute. Es geht weiter nach vorne. WeChain ist eine Macht und wird einfach explodieren in Zukunft. Bin ich fest und fest von überzeugt. Da sagen halt einige immer, ja, nur weil die diese App benutzen, heißt das nicht, dass sie auch Wett den Top benutzen werden. Ja, Leute, ratet mal, auf welcher Blockchain diese Apps laufen. Wenn Transaktions getätigt werden, jedes Mal, wenn ein Abruf kommt, muss dafür bezahlt werden. Und das wird dann später über WeChain laufen und WeChain-Thore wird auch positive Einflüsse haben, weil die Transaktionen mit WeChain-Thore bezahlt werden müssen. Naja, abwarten. Ich kann diese Kritiker von WeChain nicht verstehen. Was war hier los? Das ist mal eine richtig, richtig gigantische News. Finanzielle Institutionen können jetzt Retail-Investoren anbieten über Fiserv und NYDG, dass man Bitcoin über sein Geldkonto, über sein Girokonto kaufen, verkaufen und halten kann. Und das ist schon richtig, richtig krass, Leute. Es geht in eine Richtung, die super, super positiv ist. Wir haben auf der einen Seite die Zentralbanken, die Bitcoin als Zahlungsmittel komplett ignorieren möchten. Aber wir haben auf der anderen Seite Finanzinstitutionen, die immer mehr damit arbeiten, Bitcoin als Investition zu sehen, als sein Asset. Und ich glaube, das wird auch mehr in diese Richtung gehen. Ich sehe Bitcoin einfach nicht als rechtliches Zahlungsmittel, weil Banken, Finanz und die Finanzweltregierungen ihre Kontrolle einfach so nicht aufgeben werden. Die werden nicht einfach sagen, ja, wir treten jetzt zurück und ihr könnt das alles mit Bitcoin machen. Unvorstellbar für mich. Und so wie sich das entwickelt, geht es auch in diese Richtung. Ich denke, Bitcoin wird langfristig eher als Wertespeicher dienen. Aber das ist nur meine Meinung. Brasil. Was macht Brasil? Brasil hat hier den ersten Bitcoin ETF gelauncht. Jetzt haben wir noch ein Land, was Bitcoin ETFs erlaubt. Ja. Positiv einerseits, andererseits auch ein kleines bisschen negativ, weil diese ganzen riesen Exchanges dann stärkere Manipulationen betreiben können. Einerseits gut, einerseits auch schlecht. Bringt es Publicity? Ja, das bringt es. Es verbreitet einfach den Krypto-Ruf und daher sehe ich das jetzt persönlich als Investor eher positiv als negativ. Weil wir diese Welle mitnehmen können einfach. Wenn wir uns den Markt richtig anschauen, gucken und solche Dinge dann auch sehen, wann die Bitcoin Futures ablaufen. Und zwar, guck mal, 25. Wir haben schon mal berichtet gehabt. Oh, das war Juni. Jetzt im Juli laufen die Quartalsabschlüsse ab. Nee, Juni laufen die Quartalsabschlüsse ab. Und die sind halt größer als die monatlichen. September ist dann der nächste Quartal, der abläuft. Und im Bereich Ethereum, wie wir sehen können, läuft es auch heute die Quartalszahlen ab. Und deshalb, deshalb denke ich, dass wir, dass wir in den nächsten vier bis fünf Tagen wieder eine starke Entwicklung nach oben sehen werden. Viele haben gesagt gehabt, guck dir mal MMCrypto an, was er da gesagt hatte zur White Cove Accumulation. Fände ich gut, was er da gemacht hat. Sehe ich genauso. Ich gucke es mir privat auch immer wieder gerne an. Verläuft exakt danach. Mein Bruder Aslan hat mir das auch gerade geschickt. Meinen, guck dir das mal an. Letztendlich glaube ich auch, dass wir in den nächsten vier bis fünf Tagen beziehungsweise auch vielleicht über die nächste Woche hinweg eine gute, starke Preisentwicklung sehen können. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Dump, den wir jetzt erstmal nochmal sehen werden. Und dann denke ich mir mal, wird es nach oben gehen. Das war es erstmal für jetzt erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out.